Herzlich willkommen liebe Traderinnen und Trader zum Freitagswebinar mit dem Blick natürlich in ein paar Handelsideen. Heute hier im US-Dollar, Schweizer Franken, US-Dollar, tschechische Krone und Euro-Singapur-Dollar. Heute also etwas nebenwertelastig, wenn man das mal so sagen darf. Danach gibt es natürlich die große Rundumschau, der Wochenrückblick auf die Nachrichten. Wir schauen auf das, was nächste Woche auf uns wartet und wir machen natürlich einen großen Blick über die wichtigsten Indizes. Wir schauen einmal in den Euro hinein und blicken auch einmal auf das Öl. Ludger, dir einen wunderschönen guten Morgen. Das also die wichtigsten Dinge heute Morgen und dann gibt es im edukativen Bereich heute ein Japan-Special. Ich hatte es ja angekündigt, Japan steht vor einer interessanten Woche und da blicken wir heute aus Sicht eines Händlers mal drauf, was man da alles machen kann. Wo man Chancen haben kann, welche Risiken es gibt. All das kurz zusammengefasst im Spezial nach den Handelsideen. Und da blicken wir auch rein, aber nicht um vorher den Risikohinweis hier auch nochmal zu erwähnen. Den bitte ich, wie immer in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Schauen wir nun in die Nachrichten für den heutigen Tag hinein. Heute haben wir den 26. April. Es gibt ein paar Nachrichten. Erst einmal mit der höchsten Wichtigkeit hier. Wir sehen es mit diesen drei Bullenköpfen aus den USA um 14.30 Uhr. Da gibt es das BIP und noch Informationen dazu. Danach gibt es mit den zweiten Relevanzen auch einige Nachrichten. Wir fangen hier mal mit dem Vormittag an. Aus den britischen Büchern bekommen wir die Hypothekengenehmigung und die industrielle Trendauffrage hier den Auftragseingang. Und am Nachmittag wird es dann wieder wichtig aus den USA. Da gibt es von der Uni Michigan die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen. Beides sehr, sehr wichtige Stellschrauben hier für die Wirtschaft. Und am Abend, wie jede Woche Freitag, wenn alles normal läuft, dann bekommen wir einen Blick in das, was die Big Boys im spekulativen Bereich der Futures machen. Also es gibt die COT Reports für diejenigen, die das für den Währungsbereich, den Rohstoffbereich oder den Indexbereich interessiert. Da wissen wir, was auf der großen Seite mitgemacht wird. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal in die heutigen Handelsideen hinein. Wunschmärkte, wie immer, auch gerne einfach hier in die Chats hineinposten auf Facebook oder auch auf GoToWebinar. Und dann können wir auch hier die eigenen Wunschcharts betrachten. Fangen wir hier nun einmal an mit dem Chart vom Euro, nein, vom US-Dollar, Schweizer Franken. Wir sehen es. Groß, dick, grün eingezeichnet. Ein Aufwärtstrend. Ich zoome das mal kurz noch etwas näher zusammen. Das hält schon eine ganze Weile an, dass im ganz, ganz großen Bild der Markt nach oben trendet. Und wenn man näher ran zoomt, so wie wir das hier auch machen für die täglichen Handelsideen, dann sieht man halt auch untergeordnet die Trends am Laufen. Bei solchen ausladenden, sage ich mal, Trendabschnitten, wie wir es hier in den Korrekturen und Bewegungen haben, da sehen wir immer wieder schön hier den Markt, wie er nach unten trendet, den Markt, wie er nach oben trendet. Alles sehr, sehr interessant hier. Und wir hatten vor nicht allzu langer Zeit, ein paar Wochen her, hatten wir hier im Währungspaar drüber gesprochen. Am Staubereich hier unten hatten wir einen guten Unterstützungsbereich. Wir hatten dann hier eine Situation, wo wir hier zwischen 0,99, 0,37 und 0,99, 7 hin und her geschwungen sind. Und all das hier hat zur Bodenbildung beigetragen. Und unser Setup ist gewesen, wenn es oben drüber geht, dann haben wir gute Chancen bei einer Wiederaufnahme der vorhergehenden Richtung hier hin zum Hoch zu laufen. Das kam dann auch. Wir sind schön oben reingelaufen. Da sieht man auch, was an Potenzial in solchen Dingen drinnen steht. Und jetzt ist es interessant, was passieren kann. Nämlich, wir stehen jetzt hier oben in einer schönen, weiten Bewegung. Dieser Schub, der kam quasi ohne wirkliche Pause hier nach oben durch. Und jetzt stehen wir hier oben. Das Hoch war bei 1,02303 hier oben. Das war das High, dieser kleine Spike, oben ran. Und seitdem verharrt der Markt oben in diesem Bereich. Hatte man mal versucht, oben ran zu laufen. Das ist interessant zu sehen. Aber was viel interessanter ist, dass wir hier zwischen den Schwankungen, zwischen den Eröffnungs- und den Schlusskursen, kaum Bewegung haben. Das schaut so ein bisschen aus wie eine Korrektur auf sehr, sehr hohem Niveau. Das kann, wer meine Muster hier auch schon mit betrachtet hat, die ich regelmäßig trade, das kann unter Umständen wirklich ein Zeichen von sehr, sehr hoher Stärke sein. Dass der Markt hier oben einfach etwas pausiert, über die Zeit sozusagen korrigiert und an Stärke aufbaut. Das heißt, es gibt aktuell kein Interesse daran, dass abverkauft werden soll. Wenn dem tatsächlich so ist, der Markt wird uns das Zeichen. Dann haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wir oben drüber laufen. Das heißt, wenn wir hier dieses Tageshoch, was wir hier drüben haben, von 1.023, oben überschreiten und darüber uns stabilisieren, dann haben wir gute Chancen, deutlich weiter auch nach oben anzusteigen, weil wir hier einfach die Korrektur auf der Seitwärtsbasis gehabt haben. Das ist das eine Szenario. Das heißt, wir müssen mal schauen, was oben hier am Top passiert. Das zweite mit Blick nach unten hin. Wir hatten hier mal einen kleinen Spike nach unten. Der hatte seinen Tief bei 1.0169 gehabt. Wenn wir hier drunter fallen, dann könnte es natürlich sein, dass wir etwas tiefere Korrektur bekommen. Das kann durch einen Spike sein, das kann aber auch sich über einige Tage hinsetzen. Das muss man einfach schauen. Das heißt, da kommt es auch wieder darauf an, welchen eigenen Trading-Zeithorizont man hat. Wenn es hier unten drunter geht, da kann man gerne einen kleinen Spike-Schub nach unten mitnehmen, hier zum Tagestief beispielsweise auf die 1.01453. Beziehungsweise hier dann wieder hinein in diesen Support-Bereich. Da hatten wir hier drinnen ja auch ein kleines Swing-Low liegen. Wenn man uns den Stundentrend mal anschaut, dann war hier ein Bereich, wo der Markt etwas inne gehalten hat. Das ist also hier in diesem Support-Bereich. Hier hat sich der Aufwärtstrend fortgesetzt. Hier hatten wir das alte Zwischenhoch überschritten. Also das sind Marken, die werden auch gerne mal angetestet. Das ist also das, was wir hier im ersten Bild auch mit haben, wo wir uns das Ganze drinnen mit anschauen können. Also das hier mit Blick nach unten hin ist alles in Gänze auch vorhanden. Es kann natürlich auch sein, wenn wir uns mal nochmal kurz einen Blick trauen in die Historie, wenn man sich mal diesen Trend hier anschaut. Was hat er bisher gemacht? Er ist immer kurz über den Hochpunkt gelaufen und ist dann tief korrigiert. Das kann hier natürlich auch passieren. Das heißt, wenn es hier nicht inne hält, können wir auch eine tiefe Korrektur sehen. Also wir sehen an dieser Stelle, es ist viel Potenzial da. Wir können ordentlich nach oben durchstarten. Wir können hier einen kurzen Spike nach unten machen oder das Ganze weit in die Ausdehnung bringen. Der Markt wird es uns zeigen. Auf alle Fälle ist das Ganze hier definitiv auch einen Blick mit Wert. Gut, dazu also hier im US-Dollar Schweizer Franken. Gehen wir jetzt mal so ein bisschen in die Nebenmärkte rein, die wir hier nicht ganz so oft auf der Uhr auch haben. Hier erst einmal im Euro-Singapur-Dollar. Ich räume den Chart nochmal kurz auf, nehme mal raus, was wir hier nicht brauchen. Was wir hier im Chart sehen, ganz klar. Ein abwärtslaufender Markt hier ganz stark. Der Abwärtstrend zu sehen und sehr interessant hier untergeordnet ebenfalls mittlerweile wieder einen laufenden Abwärtstrend mit einer sehr, sehr interessanten Verortung im Moment. Das mache ich gleich mal groß, damit wir es besser sehen können. Die Verortung, die wir hier im Moment haben, wir sehen es, der untergeordnete Trend ist weit in seiner Bewegung. Wenn wir uns mal diesen großen Trend hier anschauen, sind wir aktuell wieder hier unten am alten Tief anbekommen. Das haben wir hier um die Marke von 1,51,557 Singapur-Tolle liegen. Und da haben wir jetzt direkt eine Umkehr. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich erst einmal zurücklaufen, könnte es sein, dass diese korrektive Phase hier je nach Ausdehnung ins Tageshoch um die 1,52,106, 1,52,491 oder aber auch hier in dieses Zwischenhoch des untergeordneten Abwärtstrends um die 1,52,754 hineinläuft. Also da haben wir doch relativ gutes Potenzial für einen Rückschnapper nach oben, wenn das Ganze weiterläuft. Wir schauen uns das auch mal gleich noch im Stundenchart an, weil diese Bewegung, die wir hier am Laufen haben, die sehen wir als Trend natürlich auch im Stundenchart. Und da kann man so ein bisschen das Potenzial auch erkennen, was dieser Markt hier an dieser Stelle hat. Das heißt hier, wir sehen ja sehr, sehr schön, das ist der letzte Schub vom abwärts gerichteten Markt. Und jetzt ist es halt so, wenn wir jetzt hier schön nach oben laufen, dann sind das halt markante Anlaufpunkte, die wir in diesem Chartbereich auch sehen. Und da könnte es durchaus dazu kommen, dass der ein oder andere Test dazu kommt, zum Überschreiten oder als Pivotpunkt, um dann wieder in Richtung des abwärts gerichteten Marktes zu gehen. Wenn wir uns das Ganze dann auch mal anschauen, mit Potenzial nach unten, da müssen wir mal kurz in den Wochenchart reinschauen. Der Markt ist hier im großen Bild nach unten hin nicht wirklich weit abgesichert. Das heißt, wenn diese Marke hier unten um die 1,51,557 rausgenommen wird, dann ist nach unten hin erstmal relativ viel Feld noch frei. Das heißt, das könnte schon durchaus zur ein oder anderen dynamischen Bewegung hier nach unten kommen. Das ist das, was man erwarten kann. Und wie man sieht, den Sinker pro Dollar kann man ja auch sehr schön traden. Man muss sich nur an den richtigen Stellen auch auf die Lauer legen. Und hier ist es, wie schon gesagt, auch wieder davon abhängig, welchen Trading-Zeithorizont sie haben, kurzfristig hier die Gegenbewegung zu traden oder aber auch in Richtung des Abwärtstrends unterwegs zu sein. Und damit zu einem zweiten Paar, das wir nicht zu oft auf der Uhr hatten, aber schon das ein oder andere Mal für einen guten Trade getaugt hat. Hier das Währungspaar US-Dollar, tschechische Krone. Das ist auch wirklich wieder großartig zu sehen, was wir hier haben. Schön, diesen Aufwärtstrend. Wir haben den Trade das letzte Mal besprochen, als wir hier in die korrektive Phase hineingelaufen sind. Das war hier unten in diesem Bereich. Jetzt sind wir weit fortgeschritten. Wir sehen es oben angestoßen an diesem Hoch, was wir hier drüben hatten vom November 2018. Das war gewesen bei 23,117. Wir sehen es hier, da sind wir leicht drüber gelaufen. Jetzt kommt es darauf an, was geschieht. Wir sehen hier momentan Rücksetzer, das heißt korrektive Phase. Und wenn sich das Ganze weiter nach unten ausdehnt, dann schauen wir einfach mal, was hier passiert. Wir haben hier zum einen natürlich den Support-Bereich um das Ausbruchslevel bei 23,014. Das ist gut und gerne ein Anlaufbereich. Hier gibt es dann auch noch das Tagestief von gestern. Da klemme ich gleich auch mal noch ein Preisschildchen dran hier drüben. Das haben wir bei der Marke von, wir schauen mal kurz um die 23,20 müsste das sein. Ja, 23,21. Das als Anlaufpunkt mit Blick in das kurze. Gibt es tiefere korrektive Phasen? Dann schauen wir uns gleich doch noch mal den Stundenchart an. Was wir hier sehen, natürlich hier das Tagestief um die 22,87, beziehungsweise hier zwischendrin das Swing Low bei der Marke von 22,78. Doch das ist richtig. Hier unten wird erst einmal als Anlaufpunkt auch rein. Wir sehen ja auch hier, dieser Chart hat immer ausladend korrigiert. Und das ist auch das, was hier wieder passieren kann. Muss man nur sehen, wie weit es das Ganze nach unten treibt. Mit Blick nach oben, wie schon gesagt, wenn es oben drüber tatsächlich geht, schauen wir auch kurz noch mal in die Woche. Es ist da nach oben erst mal gut Potenzial da. Anlaufpunkte hier in diesem Bereich. Möglicherweise gab es hier oben dann einen Bereich, wo man noch ranlaufen könnte, hier in dieses High oben rein. Der Anlaufpunkt hier bei 23,67. Also auch da noch gutes Potenzial da. Es ist Weg nach oben da. Man kann auch gerne mit dem Measured Move arbeiten, das oben draufsetzen. Auf alle Fälle sind wir hier in einer sehr exponierten Lage, wo durchaus die Korrektur nach unten sehr, sehr interessant handelbar sein könnte. Damit das Währungspaar hier auch besprochen. Jetzt schaue ich mal, ob es heute Fragen gibt zu weiteren Währungspaaren. Also wie schon gesagt, wer hier auch live zuschaut, gerne rein mit den Fragen. Das können wir dann miteinander besprechen. Dazu also hier die Handelsideen für den heutigen Tag. Und was wir jetzt machen, ist das, was wir im Freitagswebinar immer machen. Wir schauen auf den Wochenvorrausschau. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück in die Präsentation. Nein, ich habe es ja umgeändert. Jetzt gibt es erstmal noch den Rückblick. Wir wissen ja, es gibt immer Nachrichten. Nachrichten bewegen Kurse. Und deswegen ist es auch als Händler immer gut, wenn man über das aktuelle Geschehen sozusagen gut informiert worden ist. Ich sehe nur gerade diese Folie hier. Die wollen wir jetzt nicht haben. Das sind die richtigen Dinge. Wir hatten diese Woche ja ein paar interessante Werte drinnen. Aber ich sehe gerade, irgendwie hat es mir die Folie hier nicht richtig gespeichert. Da muss ich mal kurz in die Live-Charts reingehen. Ich habe den 25. April, 17. Das ist kommende Woche. Moment. Jetzt hat es mir hier die Daten rausgeschmissen. Das ist kein Problem. Dann machen wir das live. Wir machen hier den Wochenrückblick direkt mal live in die Charts bzw. in die Nachrichten rein. Ich muss da bloß mal kurz auf den Nachrichtenticker gehen. Dann gebt mir eine Minute oder ein paar Sekunden und dann gucken wir uns das gleiche ganz mal an. So, da haben wir dann sozusagen das, was wir diese Woche hatten. Ich hole es gleich mal rüber. Kurzen Augenblick habe ich noch. Und dann schneide ich es nur aus, dass wir es mit sehen. Und dann können wir uns das Ganze hier auch schön mit anschauen. Wir hatten ja am Montag Feiertag hier bei uns in Deutschland. US-Mark war offen. Aber am Montag, da gab es nicht viele Nachrichten mehr. Die meisten Nachrichten oder die einzige wichtige Nachricht, die es gab, gab es aus den USA. Und da war der Markt halt hier bei uns in Deutschland auch geschlossen. So, jetzt haben wir es hier. Ich schneide es mal eben aus. Schauen wir mal kurz rein. Hier haben wir es da. Also, wir hatten hier aus den USA am Montag die Verkäufe bestehender Häuser. Hier, wir sehen es. Es war ein Rückgang erwartet. Der Rückgang war aber deutlicher als erwartet. Hier in diesem Bereich das Gleiche. Am Dienstag gab es dann Informationen aus den USA zu den Verkäufen neuer Häuser. Die waren sehr positiv. Da gab es also eine positive Überraschung. Hier war eigentlich mit einem Rückgang gerechnet worden. Beziehungsweise hier bei den Verkäufen neuer Häuser im März in den Stücken sozusagen. Es gab deutlich mehr Verkäufe als das Ganze in der Planung gab. Am Markt des Öls gab es eine Überraschung hier. Wir hatten am Mittwoch ja die API-Rohölagerbestände bekommen. Da gab es einen deutlichen Zuwachs, nachdem es im Vormonat bzw. in der Vorwoche einen Rückgang gegeben hat. Am Mittwoch, da hat der IFO-Geschäftsklimaindex etwas enttäuscht. Er ist gefallen. Es war die Prognose hier, wir sehen es, von 99,9 gegeben. Er ist etwas zurückgegangen auf 99,2. Auch die aktuelle Lage ist rückläufig gewesen. Die Einschätzung hier, 103,6 war die Erwartung, also schon weniger als im Vormonat. Tatsächlich waren es dann 103,3. Und auch beim Geschäftserwartungsindex hier, da gab es als Planung die 96. Da war eigentlich mit einem leichten Zuwachs geplant worden. Am Ende waren es 95,2. Also ein Rückgang gegenüber des vorherigen Ergebnisses. Beim Öl, da gab es auch eine Überraschung. Wir hatten hier in der Prognose eigentlich einen leichteren Anstieg. Es ging dann aber deutlicher zurück als erwartet. Im Ölpreis selbst hat es jetzt keine großen Auswirkungen gehabt. Die Tatsache der Ölbeschränkungen mit dem Iran, die der Herr Trump hier erwähnt hat, die scheint auf die Märkte deutlich mehr Auswirkungen zu haben, als hier ein angestiegener Rohöl-Lagerbestand. Dann schauen wir noch auf den gestrigen Tag. Das mache ich gleich live oben im Fenster. Da hatten wir ja bekommen aus den USA wichtige Nachrichten. Und zwar der Auftragseingang für die langlebigen Güter. Der ist positiv gewesen. Da hatten wir hier einen Zuwachs von 0,4. 0,2 sind erwartet gewesen. Das heißt also hier in diesem Bereich positive Überraschungen. Die Arbeitslosenhilfe bzw. die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, da hatten wir eine Erwartung von 199.000. Es waren mehr. Es waren hier 230.000. Also das zum Thema der aktuellen Woche. Und damit schauen wir mal noch in die nächste Woche mit hinein. Das heißt hier ist es so, hier haben wir es drinnen stehen, die Termine der kommenden Woche. Am Montag bekommen wir aus den USA mit der höchsten Relevanz, das ist das, auf das ich mich hier jetzt beschränke, eine Rede vom Bank of England, Governor Carney. Am Dienstag aus China den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. In Deutschland gibt es am Dienstag die Arbeitslosenzahlen aus den USA, dann am Nachmittag das Conference Board Verbrauchervertrauen und die schwebenden Hausverkäufe. Am Mittwoch hier bei uns in Deutschland und auch in China, da sind die Börsen geschlossen. Aus Großbritannien gibt es den Einkaufsmanagerindex, den verarbeiten wir hier dann in Deutschland. Möglicherweise erst am Mittwoch, falls es schlechte Nachrichten gibt, die Auswirkungen auf Deutschland haben könnte. Aber das gab es in letzter Zeit eigentlich eher selten. Aus den USA am Mittwoch dann den ADP-Beschäftigungsänderungen oder die ADP-Beschäftigungsänderungen. Wir kriegen den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Dann wie immer auch planmäßig die Rohöl-Lagerbestände. Und dann haben wir nächste Woche Mittwoch mal wieder FOMC-Zeit. Das heißt, wir bekommen die Zinsentscheidung der FED und die Pressekonferenz genannt. Am Donnerstag geht es hier dann weiter mit Daten aus China. Da gibt es den Einkaufsmanagerindex von der HSBC. Gleiches dann aus Deutschland, Einkaufsmanagerindex hier für das verarbeitende Gewerbe. Wir bekommen die Dinge aus Großbritannien genannt, hier den Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe. Es gibt am Donnerstag den Zinsentscheid der Bank of England und mal wieder noch eine Rede von Governor Carney hintendran. Und am Freitag bekommen wir aus Großbritannien den Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen. In der EU gibt es die Verbraucherpreise und dann am Nachmittag die NFP, die Non-Farm-Payrolls hier um 14.30 Uhr aus den USA zusammen mit der Arbeitslosenquote. Und dann noch am Nachmittag den ISM-Einkaufsmanagerindex. Das also hier ein Blick in die wichtigsten Nachrichten, die wir hier haben für die kommende Woche. Und damit gehen wir rüber in die Charts zurück und zwar schauen wir hier an dieser Stelle jetzt wieder rein in die großen Charts. Das heißt, jetzt kommen wir zu DAX und Co. Was geht hier los? Wir hatten ja vor meinem Urlaub vor Ostern das letzte Mal reingeschaut und es ist wirklich alles sehr, sehr, sehr schön gelaufen. Hier der kleine Rücksetzer am Support, schön nach oben genutzt wurden. Alles hier wunderbar. Der Markt ist auch sehr, sehr bullisch und hier können wir sagen, es läuft gut. Der Markt kann hier ein bisschen pausieren. Es könnte auch sein, dass wir korrektive Phase bekommen. Aber wenn wir uns das große Bild hier im DAX auch mal anschauen, wir sind auf dem Weg zum Hoch hier bei 12.471. Das ist noch nicht das Allzeithoch im DAX, aber es ist hier mal wieder eine Marke, die einen Zwischenschritt auf dem Weg Richtung Allzeithoch darstellen kann. Wir haben ja noch einige Anlaufpunkte nach oben hin vor uns liegen. Und hier ist es doch ein schönes Zeichen, dass wir wirklich toll nach oben laufen und die Bullen hier weiter die Richtung mit vorgeben. Also hier muss man einfach schauen, was nach oben hin geht, ob wir Korrektur sehen oder nicht. Mit Blick hier in den Markt hinein. Wir haben oben hin kurzfristig, wir sehen es hier, die Tageshochs relativ nah aneinander liegen. Das heißt, wenn heute Stärke reinkommen sollte, dann haben wir gute Chancen, wenn die Tageshochs erreicht werden, dass wir schöne Dynamik nach oben sehen im kurzfristigen Bereich. Gleiches auch nach unten, die Tagestiefs liegen natürlich genauso nah dran, wie wir das im Bild sehen, wie die Tageshochs. Also da kann es auch für Dynamik nach unten einige, ja sag ich mal, Chancen geben. Das muss man einfach abwarten, wie es ist. Aber wir sehen es, wir haben es auch gestern gesehen, die tieferen Kurse wurden eher dazu genutzt, hier nach oben gekauft zu werden. Das ist im Kurzfristigen ein gutes Bild, wobei die Bewegung halt schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist und einer Korrektur eigentlich nicht wirklich viel im Wege stehen würde. Das wäre auch aus Trendsicht gesund, wenn man zwischendurch immer mal wieder zwischenatmet, innehält, um das Ganze auf gesunder Wachstumsbasis weiterlaufen zu lassen. Das also hier mit Blick in den DAX wirklich sehr, sehr schön, wenn wir uns das Ganze mal kurz noch im Wochenchart anschauen, dann sehen wir, wo wir hier hinlaufen. Wir haben nach oben noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Hier zeigen wir, was wir haben. Hier oben haben wir dann das Allzeithoch bei etwas unter 13.700 Punkten. Wir sind auf einem guten Weg, auch wenn der Amerikaner wieder mal deutlich weiter vor uns steht, aber wir haben deutliches Potenzial, deutliche Chancen hier. Auch weiterhin nach oben zu laufen. Also hier die Börsenampel im DAX momentan wirklich sehr schön grün. Schauen wir in diesem Zusammenhang mit dem DAX gleich mal noch auf unsere Währung im wichtigsten Zusammenhang mit dem US-Dollar. Das machen wir mal in einem anderen Fenster, wo wir unsere Marke auch schon sehen. Wir haben es ja schon oft miteinander besprochen. Hier unten drinnen, hier hatten wir die Marke um die 1,12, hier das Tief bei 1,12, 1,45. Hier unten hatten wir ein Tief bei 1,11. Unten liegen, was haben wir hier das Tief gehabt? Bei 1,11, 7,3, 6. Das waren Marken. Alles hier in diesen, wir sehen es hier drüben, großen Schwungbereichen. Jetzt haben wir den Bruch definitiv auch da. Das heißt, hier an dieser Stelle kann ich diese nächste Linie hier auch fertig ziehen. An dieser Stelle hier kann ich weitermachen. Wir haben einen guten Bewegungsfortgang im Markt. Das heißt, hier hat sich dieser Trend, den ich hier eingezeichnet habe, auch mit nach unten hin fortgesetzt. Die Bewegung ist gut drinnen. Hier kann es jetzt jederzeit dazu kommen, dass wir die Gegenbewegung bekommen. Aber die Dynamik geht schön wieder fort. Das heißt, hier, wir sehen auch die unterschiedlichen Trendgrößen sehr, sehr schön ineinander fließen. Was wir hier auch haben, heißt also an dieser Stelle, alles ist hier in eine Richtung am Fließen. Die großen und die untergeordneten Trends laufen alle in dieselbe Richtung. Und das ist das Bild, was wir hier haben. Der Euro zum US-Dollar wird wieder günstiger. Das war ja schon mal so. Das hat der deutschen Wirtschaft damals sehr, sehr, sehr stark unter die Arme gegriffen. Der DAX konnte sehr, sehr stark ansteigen. Das ist auch das, was wir momentan auch wieder sehen, wenn der Euro zum US-Dollar-Preiswärter wird, dass wir den Markt auf deutscher Seite nach oben laufen sehen. Das ist interessant. Das ist eine schöne Korrelation. Und auch die wird jetzt wieder gespielt. Wer sich das Ganze kurzfristig anschaut, ganz klar, es kann hier ein Stückchen was an Rebound geben. Hier zum Tageshoch, was wir liegen haben hier von gestern beispielsweise um die 1, 11, 6, 2, 5 im mittelfristigen Bild. Wie schon gesagt, ist es definitiv mit nach unten gerichtet. Und wenn wir uns das mal in der Woche anschauen, hier gibt es jetzt nicht mehr wirklich viel, was Aufhalt bietet. Der nächste, sage ich mal, große Staubereich, wo man etwas bekommen könnte, wäre hier so diese Marke hier unten um diesen Bereich rum, wo wir hier schon mal herangelaufen sind und wieder drunter gelaufen sind, hier von oben mal angetestet haben. Das ist da. Da kann man sehen, was da kommt. Bis dahin ist aber noch sehr, sehr viel Luft im Raum. Aber wir können mittelfristig ja schon mal einen Blick in diese Marke mit hineinwerfen, um zu sehen, was wir an Zielmarken in der Planung haben. Das haben wir hier unten etwas über die Marke von 1,08. Also nach unten hin ist hier gutes Potenzial vorhanden. Mal schauen, ob der Markt uns auch bis zu drunter trägt. Wir werden es morgens immer schön in den Webinaren an dieser Stelle auch mit begleiten. Und damit gehen wir rüber zum US-Markt. Wir schauen wie immer auf die wichtigsten Indizes. Wir fangen mal mit dem S&P 500 an dieser Stelle auch an. Hier muss ich das Bild auch gleich mal noch etwas kleiner zoomen. Warum? Wir stehen wieder am Allzeithoch. Also wir sehen es hier. Während der DAX noch sehr, sehr weit von den Allzeithochs weg ist, hat sich hier der US-Markt schon wieder rangepischt ans Allzeithoch. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, oben drüber zu laufen. 2941 war hier das Hoch, was wir gehabt haben. Und das ist hier noch nicht ganz erreicht worden. Wir waren im Hoch hier bei 36. Es ist noch etwas da. Jetzt korrigieren wir hier aktuell so ein kleines bisschen. Aber auch hier kann man wirklich sagen, die Bullen haben das Zepter fest in der Hand. Wir laufen schön nach oben. Es bleibt jetzt hier an dieser Stelle aus meiner Sicht sehr, sehr spannend, was hier passieren wird. Wir sehen es gleich beim Nasdaq. Der ist ja gut schon drüber gelaufen. Die aktuelle Berichtssaison hat hier deutlich geholfen. Viele Werte sind gut angestiegen nach guten Quartalszahlen. Also hier der S&P 500 auf einem sehr, sehr schönen Weg, alles nach oben hin mitzunehmen und neue Hochs zu schreiben. Das gleiche Bild sehen wir hier. Ich hatte es gesagt, im technologielastigen Index nur etwas fortgeschrittener. Hier hat es der Markt schon geschafft, in das Allzeithoch hinein zu laufen. Ich mache es mal kurz noch etwas kleiner. Hier das Bild, hier hatten wir das Hoch im letzten Jahr. Und wir sehen es, der Markt ist hier sehr, sehr dynamisch drüber ausgebrochen. Und ja gut, jetzt haben wir hier etwas an Korrektur. Wo kann so eine Korrektur hingehen? Ganz klar, erst einmal hier in den Ausbruchsbereich, also dort, wo wir über das Allzeithoch drüber gegangen sind. Da haben wir jetzt definitiv erst einmal einen Support-Bereich am Liegen. Wir können auch noch tiefer laufen, muss man einfach sehen, wie es wird. Aber momentan hält der Markt etwas inne. Gestern gab es etwas Abwärtsdruck, also etwas Gewinnmitnahmen am Markt sozusagen. Aber wir sehen es ganz klar. Hier oben gibt es jetzt nichts, was diesen Markt noch aufhalten kann, außer der Markt hält sich selber auf. Keine Marken, nichts. Heißt also hier alles schön im grünen und bullischen Bereich auch weiterhin. Das hier und dann schauen wir mal eben noch auf den dritten US-Index hier. Der Dow, auch das mal im großen Bild, auch der, wenn wir es mal sehen, hat sich in den letzten Monaten sehr, sehr schön und stark nach oben entwickelt. Und auch er ist auf einem sehr, sehr guten Weg hier oben in die Allzeithoch hinein. Wenn wir hier oben das Ganze mal drüber schieben, hier, da haben wir das Allzeithoch. Es ist also auch hier in greifbarer Nähe. Auch hier gab es etwas Rücksetzer gestern. Das ist auch ganz normal, ganz gesund, was wir hier an dieser Stelle sehen. Der Markt läuft aber weiter schön nach oben hier. Das Ganze zeige ich mal kurz noch in den Zeichnungen drinnen hinein. Hier haben wir schön auch den Trend hier untergeordnet. Wieder nach oben mit Laufen. Heißt also hier wunderbar alles im grünen Bereich. Was wir jetzt hier sehen, ist die korrektive Phase. Für all diejenigen, die das im kurzfristigen Bereich auch traden möchten, es ist hier gut und gerne möglich, den Blick in die Umkehrmuster hineinzuwerfen. Das heißt, wir standen ja jetzt hier in der Bewegung. Und was wir jetzt sehen, ist hier die korrektive Phase. Und wenn wir hier beispielsweise die Umkehr bekommen, dass der Markt in der Stunde wieder nach oben läuft. Oder hier schauen wir mal am Tag tief unten, falls wir da runterlaufen sollten, ob es da vielleicht eine Umkehr gibt. Es gibt eine Möglichkeit, einfach hier die Märkte in Trendrichtung zu laufen, beziehungsweise zu traden, wenn der Markt umdreht. In den kleineren Zeiteinhalb wir die Umkehr beispielsweise sehen. Das heißt, wenn wir hier in der Stunde hier die Aufwärtsdynamik weiter nach oben laufen sehen, das wäre dann so eine Umkehr. Und die kann man immer wieder sehr, sehr schön zum Entry in die Longrichtung nutzen. Zumal der übergeordnete Trend ja definitiv auch in die Longrichtung geht. Das also hier mit dem Blick in den US-Markt. Und damit schauen wir noch auf das WTI. Wir hatten es ja gehabt, die WTI-Rohölpreise sind deutlich angestiegen. Jetzt haben wir hier im laufenden Aufwärtstrend eine kleine Korrektur. Wir sehen es, es ist nichts Tragisches. Ich gehe mal kurz in das andere Chartfenster rein. Hier haben wir den WTI schon das ein oder andere Mal miteinander besprochen. Das heißt, was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, ist, dass der Markt schön nach oben läuft. Wir sehen auch immer wieder die Korrekturen. Ich zeichne dieses Bild hier mal eben auch mit fertig. Hier sehr, sehr schön nach oben zum Traden auch gut geeignet. Und jetzt haben wir etwas korrektive Phase. Wie sehen wir? Das ist gesund, das ist normal und das ist ein Verhalten, das wir hier im Trend immer wieder gehabt haben, was wir auch gut als Einstiege nutzen könnten. Das heißt hier, das haben wir auch in den Morning Briefings immer wieder auf der Uhr. Jetzt haben wir hier die korrektive Phase. Was wäre ein Anlaufpunkt? Hier unten möglicherweise das Tagestief, was wir hier liegen haben, um die Marke von, wo liegt es? Das Low war bei 63,95. Hier unten haben wir das aktuelle Korrektur-Tief aus der letzten Korrektur. Das haben wir liegen hier unten um den Bereich von, ich ziehe da einfach mal eine Linie dran hier unten, zack, so, komm mal her, da unten ran. Also hier an dieser Stelle haben wir die Linie liegen. Ich ziehe mal von unten hoch, grün ist besser hier. Da haben wir den Support bei etwas um die 63 Dollar, also alles hier in einem Bereich, was gut und gerne machbar ist. Wie schon gesagt, hier das Tagestief hier unten um die 63,90 wäre der nächste Anlaufpunkt nach unten. Also alles Marken, die wir hier im Trading gut beachten können. Und wenn wir dann zur Umkehr kommen, dann selbstredend wieder den Blick erst einmal hier auf das Hoch hier oben drauf zu setzen. Also das Trend durch um die Marke von 66,50 und wenn wir dann drüber hinauslaufen, dann können wir uns wieder ein bisschen auf die alte Chart-Historie auch berufen. Der nächste Widerstand haben wir hier an diesem Korrektur, was wir hier drüben gehabt haben. Ich habe es hier schon mal reingeschrieben, um die Marke von 67,75. Wir behalten das im Auge und blicken gerne auch auf das, was hier noch kommen mag. Und das, was kommen mag, sind auch die Nachrichten für die Folgewoche, beziehungsweise die wichtigste Nachricht hier, was wir auf alle Fälle haben, ist mit Blick auf Japan. Das heißt, wir gehen jetzt zum Japan-Spezial. Ich mache für Facebook wieder kurz eine Unterbrechung. Also hier auf Facebook bitte einfach dranbleiben. Ich bin in spätestens zwei Minuten wieder live zurück.